Hi Leute! Ja, heute wieder ein weiteres Video und in dem ihr wieder was gewinnen könnt. Hier oben steht drin, welche Verlosung das ist. 1, 2, 3, 4, 5... Falls ihr eine Verlosung verpasst habt, guckt einfach auf meinem Kanal und guckt euch das Video an. Und ja, das erhöht die Gewinnungschancen. Und beginnen wir mit dem nächsten Paket. Das ist jetzt von Red Rocks Cosmetics. Da habe ich auch netterweise was zugeschickt bekommen. Das sieht so aus. Und da sind ganz tolle Sachen drin. Einen Teil davon habe ich auch schon. Und ganz toll. Und zwar kriegt ihr einmal ein Revlon Lip Butter in der Farbe 085 Sugar Plum. So sieht der aus. Ich mache den ganz vorsichtig auf. Ich möchte den jetzt nicht irgendwie andötschen, kaputt machen. So sieht der aus. Tolle Farbe. Wirklich ganz, ganz tolle Farbe. So. Die andere Farbe ist auch von Revlon und heißt 001 Pink Truffle. So sieht das aus. Und dann mache ich das auch auf. Oh, ist zugeklebt. Ich mache es ganz leicht nur auf. Zip. Wow. Auch eine ganz tolle Farbe. Die einmal. Und dann bekommt ihr einmal ein Eos Lip Balm in der Geschmackrichtung Tangerine. So sieht der aus. Eos Lip Balm. Und nochmal zwei Sachen. Ein Bronzer von Beauty UK in der Farbe Bronzer. So sieht der aus. Ist ein bisschen schimmrig. Ist ganz toll. Ich kann das leider nicht aufmachen, weil das eingeschweißt ist. Aber ganz, ganz toll. Und nochmal eine Eyeshadow Palette von Beauty UK in Eyeshadow Palette 1. So nennt sich die. Die ist auch eingeschweißt. Die mache ich jetzt. Oder? Ist die eingeschweißt? Ja. Die sieht so aus. Das sind schimmrige Farben. Und ich hoffe, ihr kennt das. Und ja, das könnt ihr auch gewinnen. Schreibt mir einfach in den Kommentaren, warum ihr gewinnen wollt. Und ja, alles Weitere unten in der Infobox. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch ganz viel Glück. Und bis dann. Tschüss.